Musik 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 Wir wollen etwas anderes. Wir wollen keine Ausbeutung, kein Faschismus, keine Gerechtigkeit. Wir wollen diesen Platz für alle, für die Community. Jeder soll mitmachen können. Wir haben Garten, Hip-Hop-Häuser, Kunstgalerie, einen Strang gebaut, alles ohne Strom und ohne Wasser. Es geschieht überall, in der Türkei, in Brasilien, gegen Spekulanten und Projekteure, die an eine Gemeinschaft kein Interesse haben. Stellt euch vor, wir machen alles zusammen und wir werden es nie aufgeben. Präuter für alle.